Achtung, Achtung, ich hab bestellt, wir haben bestellt. Nein. Achso, das war im Inventar, weil ich gerade verlassen wurde. Soll ich das nehmen oder soll ich das hier lassen, weil das ist schwer, 42. Ja, das hier, scheiße. Ja, wir waren hier schon mal auf dem Planeten. Lasst euch das Taschenlabier, ich hab pro Flashlights bestellt. Ich weiß nur nicht, wo die ankommt. Ich auch nicht. Das ist mal warten. Hier ist ein fetter Berg, safe. Da, Schatten gesehen. Da, hinter uns. Da müssen wir sogar lang. So, war meins. Ja, hast du drei gekauft? Ja. Ja, hier. Achso. Achso, Alter. Ich wollte gerade anzeigen. Ich dachte schon, Alter. Ich dachte schon, Alter. Ich dachte schon. Anzeige aber schon raus. Ja, ich höre. Aber so hat schon wieder reingeschissen. Ja, wirklich. Meine McDonalds-Bestellung, jedes Mal. Ja, wirklich so. Ja, wirklich so. Ja, wirklich so. Ist echt so. Kleine Story. Wie vielen drei Pommes? Als ich vor ein paar Wochen Lehrgang hatte. Mhm. Wie vielen Pommes? Hahaha. Nee, 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 nee. Schlimmer. Schlimmer. Na? Es gibt ja jetzt zu Weihnachten wieder diesen Big Oustry, ne? Ja. Oh, ich hab ja gegessen immer so geil, ne? Äh, dachte ich mir so, okay. Dann nimmst du halt den. Dann hab ich mir noch 20 Nuggets genommen, weil für später auch, ne? Ja. Ja. Wir sind wieder zurück. Der Burger fehlt einfach. Hahaha. Was? Oh, da hab ich 20, da hab ich diese scheiß 20 Nuggets und gegessen. Hahaha. Geil. Ich schwör, ich auch. Ich hab wirklich nur... Ich hab 20 Nuggets gegessen. Alter, Mann, ich, warte, ich glaub du wurdest satt. Ja, hab ich auch, also 20 Nuggets sind viel. Ja, ne. Das ist ein Snack. Das ist ein Snack. Ja, ne. Können wir kurz warten, ich muss das Nasen putzen. Ja, ja. Oh, guck mal hier, direkt Flaschen. Nice. Guck mal, Janik. Ach so, Alkohol. Ja, Mann. Oh Gott. Hahaha. Hahaha. Ja, ja. Ich glaub das war laut, ne? Nee, nee, nee. Alles gut. Ja. Ja, ja, ja. Mit dem Kasten. Hahaha. Alkohol. Hahaha. Stell mal hin und stell ab, der Sound davon. Oh, hier ist ein, warte. Ding. Boah, ist hier gar nix? Ach so, Taschlein ist eigentlich nicht. Da. Ich bin Klempner. Perfekt. Wundervoll. 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 Bestes Spiel, Valoray. Me and my monkey. Monkeys. Wear any pants. Das ist so geil, Alter. Ja, Mann. Ja, ist echt so. Mein Handy ist auch hier und hört zu. Me and my monkeys. Peace. Äh, nein, nein. Was denn? Oh! Die sind nicht nett. Ich hab Erfahrung gemacht. Wer denn? Die Käfer. Ah! Krabbelt die, ja? Hahaha. Die ist abgekattet Audio, ne? Die kann man leicht rumbringen. Die hab ich, die hab ich weggeheatet. Beim Schild. Wirklich wie das? Ja, nein. Ja, nein. Ach so, hier bin ich übrigens gestorben, weil ich hier gesprungen bin und ans Beukenfall bin. Ah ja. Ähm. Ähm. Was will der drehen? Höh! Oh nein, Luca. Oh nein, da ist auch ein Blöck. Blöck, Gott. Da kommt Gott. Hahaha. Hahaha. Okay. Da kommt Gott. Petition, dass wir ihn so nennen. Ohhhh. 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 Ah menuu. Ha ha ha. Ahja. Oh, ich brauche. Oh lol, die ist vorne, lol. ja jetzt gelaufen ich will es auch an Nice. Let's go. Wer ist ne Ente? Wer will die Ente? Ich. Jungs. Es gibt zwei. Es gibt zwei. Nein. Zwei. Zwei von denen. Achso. Guck was er bekämpft. Der bekämpft. Jesus ist auch noch da. Jesus. Ok passt auf. Sneak 100. Zack. Und jetzt weg. Alter bin ich gut. Perfekt. Ach da geht's noch rein. Ich weiß nicht. Wir sind radioactive. Ich leuchte voll viel. Wenn ich ozern soll mit dem Ding leuchten lasse, ist das eigentlich voll viel. Ja. Ich bin halt. Ich strahle halt. Freude. Mein Gott, ich bin fünfmal hier in dieses scheiß Gang gelaufen. Wir haben hier nichts mehr. Irgendwo war noch eine verschlossene Tür. Wir waren doch in dem Gang, wo das Viech war. Waren wir noch nicht, oder? Ja. Ja. Alles gut. War ein Prank. War ein Prank. Ja, alles gut. Aber meine Taschenlampe ist leer. Ich kann nicht vorgehen. Ja, okay. Stop the Cap. Nein, meine Taschenlampe ist leer. Guck. Guck. Ich klicke. 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 Ja, genau deswegen habe ich geschrien. Lass weggehen. Ja, nicht hier. Nimm du die Flaschen mit. Du bist ja Flaschen. Du bist die Flaschenpost. Das finde ich sehr gut. Ja. Ihr Lappen. Ihr Lappen. Rappen. Ich mich nicht. Das ist ohnehin. Und mit mir auch. Ich wusste das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Nee, bevor der noch abhaut. Hat er gehört. Die Bisschen, auch doch. Nee, mein Bier. Mach auf, Kinder. Hallo, Freunde. Freunde der Sonne. Mach auf. Oh, ich hab das Bier mit dir mal, Jungs. Oh, sehr schön, Güller. Oh, das war schön mit der Brücke. Ja, das war schön, echt wahr. Oh, sag mal, wie der Faulste. Ich hab keine Nodes, obwohl wir mit Nodes stehen. Ah, hier, Most Profitable. Ich, ne? Ich hab am meisten Damage bekommen. Warte, wo bist du? Ich weiß gar nicht, warum. Ja, ich auch nicht. Kannst du auch nicht erklären. Ja, wenn ich einfach... Ich hab auch Schaden bekommen durchs Runterfallen. Ja, weißt du, ich werd hier direkt im Spawn verprügelt von dir. Taschenlappen aufladen, Jungs. Ladies. Ja, ich werd schon. Taschenlappen aufladen. Warte, warte. Meiner hat noch fast gar nichts verloren, Digga. Ich hab kurz einen Bonbon genutzt. Ah. Können du mir ja mal einen Bonbon. Ich warte auf euch. Da hinten. Miii. Ich hör Bienen. Bienen. Oh, noch mehr Bienen. Noch mehr Bienen. Achtung. Ich laufe noch durch. Ja, einfach einzeln drüber laufen. Perfekt. Danke, wer auch mit mir auf der Brücke ist. Kuss an dich. Wer bist du? Wer ist das? Wer ist das? Ja, du bist so ein Lappen. Ja, deine Mom. Okan. Hallo. 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 So, let's go. Scheiße. Verdammt. Digga, ich kann das. Verdammt. Was musst du dir? Ja, ich... 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 Wie hatst du mich gesehen? Ich hab mir einfach schön gehaucht, Alter. Jannik. Jannik. Ein Jar of Pickles. Es gibt auch einen Schneebesen. Wiii. Hey, den hat man schon. Hier im Kanten, hallo. Oh, oh. Verdammt. Verdammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Lauf, 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 lauf. Die Treppe ist bei mir. Achso. Aber es ist weggegangen. Es ist weggegangen. Als ich... Als ich angeguckt habe. Wie sagt ihr uns das? Könnt ihr irgendwas rein tun? Könnt ihr für mich leuchten? Weil ich will die Taschen einfach nicht lämmern. Naja, komm her. Leuchte. Auch ich mache das Licht aus. Stark. Was waren da? Äh, das Ding mit den Augen. Was ist das? Was ist das? Was ist das Ding mit den Augen? Das gar nicht. Moja, du weißt was ich meine. Mit den Leuchteaugen. Ähm. Motto, weg. Okay. Ihr seht was. Was ich auch sehe, ne? Nein, ich hab das gesehen. Wir gehen runter. Das ist die Motto aus dem MacBook, Alter. Ja. Wir gehen runter? Okay. Aber hier ist noch nichts. Oh! Was war das? Was war das? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ich hab mich von nichts erschrocken. Ich hab mich grad von nichts erschrocken. Habt ihr, habt ihr irgendwas zum Schlagen dabei? Nein. Nein. Mein Fehler ist vielleicht dabei. Nichts stechen, schlagen. Okay, zum stechen. Ja, komm. Stich den einfach ab. Warte, warte. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ja, ich weiß. Perfekt. Ich bin's. Ähm. Wer wird gejagt? Luca wird gejagt. Luca, Luca laupt. Oh mein Gott. Da ist ein schwarzes Ding. Oh mein Gott. Ey. Was? Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich hab das auf meinem Kopf, glaube ich. Help me. Ich seh nichts. Oh. Jungs. Hallo. Jungs. 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 Ich seh nichts. Echt? Oh Gott. Ich hab imbG erst tot, weil das Fliech hat so am Hals gewickelt eben. Ich lass doch mal wieder rein oder so, weil er legt den Kack hier hin, wenn wir können. Drei, zwei. So. Drei, zwei. Ja. Tschüss. Rosa? Ja, das Viech ist da noch. Ja, er ist tot. Oh. Ich bin die Ente. Nee, ich hab kein Interesse ehrlich gesagt. Ich werd becampt. Nee. Können wir nicht leben, ne? Doch. Tschüss. Okay, wir gehen, komm. Ja, komm, wir auch nach. Warte, komm, wir nehmen mal die heile Brücke. Oh nein, der Wichser. Ja, die sind schon bei 3.50pm. Was ist denn eigentlich oben neben der Zeit? Wird dir das auch angezeigt? Ja, das ist, weil Ozan wahrscheinlich ausgelöst hat, dass wir früher gehen. Wir gehen um 3.50 Uhr schon. Ich hab Fett Damage kassiert, Digga. Ich bin komplett rot oben. Ja, ich nicht. Für mich eine Biene schlicht mich rot. Da sind Bienen. Ja, schön, geil. Ich höre sie auch noch. Ich höre sie auch noch. Oh Mann, unlucky. Ich höre sie auch noch. Ich höre sie auch noch. Ich höre sie auch noch. Ja, ich bin. Ich bin hierher, komm her. Ich kann nicht springen. Oh mein Gott, ne weg! Ich starte. Warte, stellst du zu. Ticker, nein! Auf einmal liegt der da. Aber ich wurde verfolgt. Ja. Und wir beide wurden verfolgt. Ich hab das Weg gejögert, du wurdest verfolgt. Und dann ist gestorben. Der Lazy ist ja. Yo, sustainable injuries. Ja, ich bin schon wieder most annoyed, aber most profitable. Digger, wie bin ich gestorben? Und dann wurde ich auch becampt. Was war das? Das war so geil. Ich wusste die Clips eigentlich. Wir haben es überlebt. Du hast wirklich so geredet, als hättest du irgendwas in der Fresse gehabt. Irgendwas auch mal guck. Du hast so geredet bei mir.